Der Teig ist auf der Gange, die goldenen Sternlein prangeln. Wir sind hier heute in Volkensinn im Backhusfrünhaus. Das ist direkt beim Kliemannsland um die Ecke. Das haben wir entdeckt. Das ist ziemlich cool. Wir haben hier einen richtig coolen Steinofen. Und ich bin mal wieder mit Christoph Altmann in Action. Christoph hat ja einen Pizzaladen und kennt sich ziemlich gut mit Teig aus. Was hast du gesagt? Petzel. Und tüftelt seit Jahrhunderten an dem perfekten Brot. Deswegen möchte ich euch das heute gerne mal zeigen. Wir haben jetzt hier auch ein bisschen Teig vorbereitet. Das ist Andreas. Dem gehört das hier. Der betreut das hier und hat uns mit dem Ofen geholfen. Der wurde heute Morgen um sieben schon angemacht. Wie lange war das Holster jetzt drin? Fünf Stunden oder so? Fünf Stunden etwa, ja. Und jetzt im Moment hat er noch so 430 Grad oder was haben wir gerade gesagt? Korrekt, ja. Das ist natürlich schon echt richtig heiß. So heiß müsste es für uns nicht sein. Deswegen ist das Holster jetzt schon raus. Und bei 280, wenn er da ist, dann hauen wir das Brot da rein. Schieben wir ein, genau. Und den Teig, den habe ich jetzt schon vorbereitet. Das erkläre ich euch aber nebenbei, wie wir den gemacht haben und was da alles drin ist. Weil so ein Brotteig braucht ziemlich lange. Also nicht von der Arbeitszeit her, sondern von der eigentlichen Arbeitsteig, die der Teig investiert. Richtig? Richtig, genau. Ruhephasen. Ruhephasen, genau. Schlafen. Schönheitsschlafen. Die wir alle gerne brauchen. Dann legen wir los, oder? Ja, richtig. Wir machen erst mal ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, würde ich sagen. Ja, genau. Macht am meisten Sinn. Dann können wir den draufstürzen, würde ich sagen. Genau. Das hier sind so Gärkörbe, heißen die, ne? Ja. Die bestehen aus, was ist denn das für ein Material? Rattan. Rattan? Pettichrohr. Pettichrohr? Ja. Das sind alles so was. Ja, sowas, ne? Rattan. Dann holen wir ihn erstmal raus. Ja, holen wir dann raus. Das ist jetzt Teig für so ungefähr 8 Brotlaibe. Wir stellen euch aber ein Teigrezept zur Verfügung für ein Leib. Und wenn ihr dann mehrere machen wollt, müsstet ihr die Menge halt dementsprechend anpassen. Topf. Schau mal. So ungefähr, ne? Muss man den jetzt eigentlich, wir hauen den da jetzt in die Körbe rein. Wird einmal durch, der hat ja, also wir haben ja Sauerteige, die sind ja gereift. Dann haben wir einen Vorteig gemacht, den hast du gestern schon gemacht, den Vorteig? Da habe ich ein bisschen Hefe, Dinkelmehl und Weizenmehl und Roggenmehl schon mal verrührt, auch relativ glatt. Kein Salz. Mit ganz, ganz wenig Hefe? Mit ganz, ganz wenig Hefe. Kein Salz, kein Zucker. Die Hefe ernährt sich dann von dem Zucker, der in dem Mehl vorhanden ist. Und dann war das heute Morgen so eine richtig klebrige Masse, mehr oder weniger. Die ist auch schön groß geworden. Den Sauerteig, den Christoph gemacht hat, den Vorteig, den ich gemacht habe, den haben wir dann vorhin mit erneut Weizen, Dinkel und nochmal ein ganz bisschen Roggenmehl. Und ein ganz bisschen Hefe dazu. Und noch ein ganz bisschen Hefe. Und dann kam auch erst Salz dazu. Kein Öl, kein Zucker. Richtig, nichts. Nichts. Und das haben wir dann vorhin schön zehn Minuten mit einer Knetmaschine durchlaufen lassen. Das heißt, wir hatten einen richtig schönen glatten Teig. Und dann sind wir hergefahren. Dann hat das Büro jetzt ungefähr eine Stunde geruht, der Teig. Muss man den noch so umschlagen? Muss man den nicht eigentlich immer so falten sonst? Mach doch. Dieses hier, das lernt man, wenn man sechs Jahre lang bei Christophs Pizzaladen gearbeitet hat. Oder 25. Aber nicht, dass ich noch als Aushilfe kommen muss. Ich würde ein bisschen von dem Mehl gerne in die Kürbe reintun. Christoph kann übrigens alles, das wisst ihr ja mittlerweile, ne? Ja, genau. Ordentlich. Und ich lege das Brot jetzt verkehrt rum rein, würde ich sagen. Dann hat man die Struktur oben, weißt du? Ich mache es einfach so, dass ich es jetzt einmal so einschlag, weißt du? Dann einmal so. Und zur anderen Seite auch nochmal. Gar nicht so wild irgendwie so, dass man so eine schöne Form hat. Findest du, ich mache das wild? Und häng rein. So, guck mal, da kann das jetzt irgendwie... Muss ich das normal machen, oder? Jetzt sieht es aber besser aus. Mach doch einfach so fertig. Ach so. Ach so. Also das heißt, wenn ihr hier Brot backt, dann kriegt ihr den Teig fertig? Oder du bist einfach immer nur am Ofen und kommst mit dem Teig gar nicht in die Rührung? Nein, den Brotteig kriegen wir fertig und den Butterkuchen-Teig machen wir selber. Muss man die noch einritzen? Nein, die platzen da dann so auf, ne? So schön. Eigentlich haben wir das ja so gemacht, dass die unten offen sind. Ja, können wir ja mal kurz zeigen. Das bedeutet dann, dass die dann von alleine auf platzen, weißt du? Und dann kriegen sie eine richtig geile Kruste und Struktur oben drauf. Richtig, genau. Und sehen traumhaft aus. War scheinlich, ja. Gut, dann lassen wir sie jetzt gehen. Stellen wir sie schön warm. Und jetzt? Jetzt ist sie auf drei. Jetzt ist sie richtig warm. Um den Stuhl, um den Stuhl drauf. Der Teig ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen hoch am Backofen. Okay, unsere Teige, was? Ja. Sind wunderbar aufgegangen, wie ihr seht. Wir haben sie ganz vorsichtig jetzt hier raufgestellt. Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Eine Stunde, anderthalb. Der Ofen, es gibt hier, wir haben hier so ein cooles Thermometer. Und das hat jetzt 286,7 Grad. Ja, du musst mal ein bisschen weiter nach hinten, da willst du hier noch her machen. Ist variiert. Wir sagen mal, um die 280 Grad. Also eine Temperatur, die man fast mit seinem Backofen zu Hause auch erreichen kann, oder? Dann rein damit. Ja. Los geht's. Ich kipp das jetzt ganz vorsichtig einfach da rauf, oder was? Einmal umdrehen, ne? Ja, so rum. Genau. Jetzt heißt es wieder warten. Halbe Stunde ungefähr, haben wir gesagt. Ja, wir gucken zwischendurch. Tschüss. Tschüss. Muss auch richtig reinläufeln. Kannst du kurz erklären, warum du das machst? Ja. Wenn wir das im Dampf stehen, damit das hochkommt, das Brot. Wenn wir die eine schöne Kruste kriegen, richtig? Ja, genau. Nee, dann wird das erst mal richtig... Richtig, richtig... Darf jetzt zu? Zu, 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 zu. Zu, 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 zu. So. Oh. Super. Wie heißt es wieder? Barten. Barten? Halbe Stunde, denke ich ungefähr. Das erste vielleicht mal eben, das mal anschneiden. Gucken wir, wie das aussieht, so ein Ding. Von Moped. Ich würde es mal aufschneiden. Ah, das ist... Das ist echt lieb. Das ist ein Brot, das ist... Boah, das ist erstmal heiß und mega. So, haben wir ein Brotmesser? Ja, da hinten, dieses... Soll ich einfach mal Mitte? Nö. Da würde ich mal reingucken, da. Boah. Dolch, viel, viel schneiden, wenig drücken, ja? Weil das ganz frisch ist. Siehst du, jetzt hast du schon geschnitten ein bisschen, weißt du? Ja, aber... Das backt noch nach, glaub mir. 5 Minuten noch. Ja. Er hat recht, Herr Bäckermeister. Und? Was sagst du? Bist du zufrieden? Lecker. Das stimmt. Die Zweierkette reicht. Nö, schnell, schnell. Ah, mein Buch, mein Lieblingsbrot. Deshalb hast du auch los. Guck dir das an, Alter. Sieht das nicht geil aus, ey. Ich pass es nicht. Wenn das 20 gewesen wären, dann wären die Finger heiß gewesen. Ey, ich bedanke mich viel, vielmals. Es hat mega Spaß gemacht. Danke, Christoph. Gerne. Danke euch allen hier, die uns das ermöglicht haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ey. Christoph, immer. Das haben wir gerne gemacht. Exzellent performt. Ich habe mir angewöhnt, das immer zu sagen, wenn Christoph dabei ist. Diese Hammerbrote werde ich nachher mit ein paar Kindern irgendwie schick in der Lunchbox irgendwie unterwurschtillen. Und ich hoffe, dass sie es mögen und ich hoffe, dass ihr das zu Hause nachbackt. Guckt euch das an. Ey, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, danke. Wir sammeln jetzt die Kinder ein und weiter geht's. Wir haben heute ganz besondere Gäste. Wie heißt ihr? Levi. Arthur. Paul. Frieda. Hugo. Und Zora. Und wir machen heute eine Lunchbox. Was esst ihr denn immer so in der Schule überhaupt? Brötchen. Brötchen. Vom Bäcker oder vom Zuhause? Vom Bäcker. Aber letztes Mal haben wir einfach selbst gemacht. Habt ihr schon mal hier geguckt, was wir für Zutaten haben? Ja. Und? Mögt ihr davon irgendwas gar nicht? Ja. Lass mich raten. Ja? Die Zucchini. Ja. Ja. Mögt ihr alle nicht? Ja. Okay. Wir machen nämlich Pizzawaffeln und da kommen die Zucchini rein. Das heißt, ihr seht und schmeckt sie nachher hoffentlich nicht mehr. Nein! Also wir machen Pizzawaffeln, Müsli-Riegel und eine Schokocreme. Und zwar machen wir die Schokocreme aus Datteln. Das ist sowas hier. Kennt ihr das? Ja. Schön süß, ne? Ich hab's noch nie probiert. Dann kannst du gleich mal probieren. Und dann hab ich Brot gebacken. Das hier. Dann können wir uns das so ein bisschen belegen und dann machen wir das da in diese Brotboxen rein. Ja? Womit wollen wir anfangen? Mit der Schokocreme. Ja! Okay. Das ist eine sehr klebrige Angelegenheit. Wir müssen jetzt erstmal bei den Datteln hier den Stein rausholen. Da ist nämlich hier so ein kleiner, wenn man den aufmacht. So. Da ist ein Stein drin, ne? Und der muss einmal raus. Dann können wir erstmal anfangen zu poolen. Auf einen Teller kommen die fertigen, auf den anderen die Steine. Dafür haben wir hier noch ein paar geröstelte Haselnüsse. Geht's? Ist es eklig? Ja. Hast du mal probiert? Nee. Oh. Aber die Schokocreme nachher probierst du trotzdem, oder? Ja. Hoffentlich. Oh mein Gott. Ein bisschen aufgeregt heute. Aufgeregter als sonst. Hier. Habe ich ein bisschen flüssiges Kokosfett, das ist für die Streiffähigkeit zuständig. Da mach ich da schon mal ein bisschen was von rein. Wie läuft's? Gut. Schlecht. Aber ist eine blöde Angelegenheit. Was so klebt, ne? Ich. Habt ihr fertig? Ja. Ohnschmeiz. Ohnschmeiz. Sieht auch ein bisschen so aus wie Ohnschmeiz. Wie Hugo. So, dann kommen die fertigen Datteln mal alle hier mit rein. Ja. Mama, das Kabel ist mini. Guck mal, kommt das bis hier hin? Hm. Zieh mal auseinander. Halt mal gut fester den Pott. Wie das an einem vorbei steht. Das sieht aber schon ganz gut aus. So, will mal jemand anders? Ich. So, einmal da. Wo? Ja, wo? Da darfst du einmal drücken. Das? Das sieht eklig aus. Lecker. Wollen wir es mal probieren? Kann ich auch. Das ist eigentlich ganz gut. Das Brot? Ah, du hast schon mal Glück gehabt. Und, Levi? Ganz okay. Das ist ganz okay. Das ist schon mal mehr als ich erwartet habe. Schmeckt gut. Willst du mal eine Ecke? Eine Ecke aber nur. So, ganz bisschen. So. Alle warten gespannt rein. Du auch, Arthur? Alles schmeckt gut. Alles schmeckt gut. Nein. Alles schmeckt gut. Alles schmeckt gut. Weil die machen immer so schöne Zähne, wenn man abgebissen hat. Das macht schöne Zähne. das wäre ausgefallen sind wir haben einfach rausgezogen das hat nicht weh und wir haben wir machen jetzt mal waffeln oder man möchte dann die möhre schälen so dann machen wir hier mal ein bisschen das brett sauber prübel ich habe hier so einen richtig guten mülleimer kann ich dir mal zeigen cool ne bei mir darf das alles auf dem runden aber macht das nicht zu hause nahe sonst kriegt ihr ärger von euren eltern einer von euch kann mal die zu viel nie reiben ja macht das ich magst du gucke nicht so richtig was möchte denn richtig gerne ja das habe ich mir gedacht echt jetzt möchtest du mal zwei einschlagen würde schön mach ich zu hause bist du öfter mal mit deiner mama in der küche ich habe es aufgefallen hier kannst du mir die hände abtrocknen wie willst du mal mit den zutaten hier rüberkommen cool dann müssen wir gleich auch noch einmal kurz reiben das ist okay warte erst mal die eier schlagen jetzt kannst du mal die mutter rein machen sehr gut ein bisschen noch soll ich mal eben den rest machen soll ich wieder höher stellen ja auf drei und das kann da auch noch mit rein kommen da ist so ein löffel der goldene wenig so die möhre ja klar also ich habe gehört du warst mit deinen eltern schon mal auf der jagd ja also ja was habt ihr gejagt was macht der teig also also du warst dabei wie dein papa ein wildschwein gejagt hat war das nicht total krass hast du das wildschwein auch gesehen als es tot war ja und auch als es auseinander genommen wurde ja du hast auch gegessen nein magst du kein wildschwein aber pizza mögt ihr alle und waffeln auch ja und pizza waffeln ja könnte noch mal das runter machen was da auf dem brett ist auf dem boden das nicht das kommt ja noch alles mit rein habt ihr schon mal waffeln gebacken bestimmt ne der hat das nicht mehr noch mehr was ist denn euer lieblings hobby was macht ihr immer so und du fährst auch formel 1 oder sowas ne ja erst bei den 100 besten dabei ja was erklär mal ist so ein kleines formel 1 auto oder was so ein rennauto ja alles formel adac und wie schnell fährst du da so ungefähr schnell ja cool und das macht bestimmt auch spaß ne ja und was darfst du freda reiten und malen und backen vielleicht auch habe ich nämlich früher auch am liebsten gemacht mach mal noch mal auf ich glaube die ist fertig noch mal rausholen noch mal den deckel ganz auf einfach so so wir können hier schon mal dafür anfangen die müsli riegel zu machen und zwar brauchen wir dafür wieder das gerät und dann habe ich hier sowas das sieht für euch bestimmt auch wieder total eklig aus das sind getrocknete aprikosen dann habe ich hier getrocknete pflaumen und ein paar cranberries ein paar sagen lecker das ist ja schon mal gut die machen wir jetzt alle hier rein jetzt müssen wir die erstmal wieder häckseln und jetzt darfst du da mal auf drücken so das kommt jetzt hier in die schale rein ganz schön viel klein soll ja aber müsli riegel mögt ihr bestimmt auch oder ja da machen wir hier noch so ein bisschen was gepopptes rein dann wird das ein bisschen heute mal probieren ja mal reingreifen ich merke ein bisschen wie cornflakes das ist gepoppt das ist schon mal gut ist besser als wenn es nicht schmeckt ein bisschen noch ein bisschen mehr noch ja so ist gut doch von haferflocken brauchen wir echt alle dann kommt das noch rein das sind gemahlene haselnüsse ja nicht alles nur ein bisschen mögt ihr kokos ja das reicht wenn ihr nicht so gerne kokos mögt und jetzt habe ich eine richtig tolle aufgabe für euch das ist ein becher mit dem man eier trennen kann einfach ein schmeißen also wir müssen erst mal eins auf knacken genau das kann ich nicht das kann ich gleich dann machen ja und jetzt dass da rein und jetzt kann doch erstmal da rein das ist einfacher so das da rein und jetzt kann ich auch ein ei machen das da rein genau und jetzt kommt das ei da sein kann ich auch so jetzt kommt das soll vieler rein jetzt musst du das vorne so der ist ein bisschen erkältet der junge riesen schnaller sieht das bei euch auch so aus wenn ihr kennt keine pätze paul und levy sind übrigens brüder merkt man vielleicht hier und da wie alt seid ihr 10 9 wer bist du und du kannst du mal backpapier rein machen ich nehme mal die schnatternase abschneiden ich nehme mal die schnatternase ab das ist eine freie zähne ich bin nicht zähne ich schneide das das kommt da jetzt rein auf das backpapier wird das ein wird das ein riesen müßle riegel die werden schneiden wir nachher klein schmecken dir die ja du musst heute meine freundin für die müßle riegel einmal richtig glatt drücken 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 so die sind jetzt fertig sie kommen jetzt kurz in den ofen und werden ein bisschen gebacken dass sie dann auch schön zusammen halten müsli riegel waffeln sind fertig riegel sind im ofen dann können wir anfangen unsere brote zu belegen oder erst mal essen erst mal essen gut erst mal essen ja wolltest du hört ihr das eltern ohne zucker vegan glutenfrei laktosefrei wie viele brote esst du denn in meiner schule wie viele pausen habt ihr 22 große nein eine kleine eine große eine kleine eine große braucht ihr wie auch einmal was zu essen jetzt zweimal was denn euer lieblings fach sport 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 ne meins ist tausend und deutschland geht ihr gerne zur schule das ist übrigens auch ein trick den ich bei meiner in meiner au pairzeit gelernt habe hatte ich auch habe ich drei kleine kinder gehabt auf die ich aufgefasst habe und dann immer so ja wir haben voll hunger was wollt ihr denn apfel oder banane nee wir wollen pizza und dann habe ich immer einfach ohne zu fragen irgendwo ein teller mit ups und gemüse hingestellt und zehn minuten später alles leer was ist denn magst du irgendein gemüse ja ich mag paprika und ich mag halt auch noch über die runde die runde mitnehmen und ich habe da nie die runde kannst du dir eigentlich auch so wie wie die gurke hat ein bisschen paprika mitnehmen oder ok aber ich glaube ich mir sie hier an ok weil ich will nur ein bisschen mitnehmen Und das Ding krieg ich nicht so viel auf. Guck mal so. Noch jemand Paprika? Ich. Fändet ihr das cool, wenn ihr eure Pausenbrot selber machen könntet? Ja. Wenn ich immer dann so süße Sachen drauf machen kann, ja. 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 So, also hier haben wir jetzt die Nüsseriegel. Machen wir jetzt mal hier so ein bisschen Schokolade drüber. Wollt ihr da noch irgendwas drauf machen? Nüsse oder? Nee. Mhh. Schokolade. Schoko will ich da noch drauf machen. Schoko auf die Schoko. Weiße Lake. Ich mache nur eine Hälfte mit Weiß. Weiße Lake. So. Und für mich mache ich da noch ein bisschen Pistazie drauf. Ich probiere mal. Na gut. Hier? Darf ich. Lima. Kann man essen? Ja. Davon werdet ihr aber satt, oder Levi? Hast aber gut vorallgepackt, du. Ja. Aber wenn man viel Fußball spielt, muss man auch viel essen. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und wie gesagt. Und da war ich am meisten Angst. Yes. Gut, dass es euch geschmeckt hat. So sieht die fertige Lunchbox aus. Und was passiert beim nächsten Mal? Benedikt Faust kommt vorbei. Das ist ein Sterne-Koch. Was wir machen, wissen wir noch nicht. Also lasst es euch mal wieder überraschen. Wollt ihr Tschüss sagen? Könnt ihr mal da? Tschüss. Tschüss. Einmal. Einmal. Danke. So. Fertig. Wie geht's mir eigentlich? Hör auf. So. Noch ein bisschen.